Hi Leute! Willkommen zu Teil 2! Mittlerweile ist es schon Nachmittag. Sorry, aber es war jetzt großes Essen und wir haben Gäste. Die sind mittlerweile nur noch mit meinen Eltern beschäftigt und meine Geschwister sind vor der Glotze. Und schon Star Wars. Clone Wars. Ich drehe jetzt ein paar 4 Minuten Specials. Damit die schneller hochgeladen werden, damit ihr heute Abend, wenn ihr halt wieder gucken könnt. Ihr fragt euch vielleicht warum ich jetzt drehe. Der Osterhase kommt nämlich erst morgen bei mir. Meine Eltern haben es verhauen. Naja. Ohne große Umschweife beginnen wir jetzt. So. Mein Name ist Zeit. Ich wollte den Namen eigentlich gar nicht. Ich hab halt reingegeben, wie ich schon gesagt habe. Aber ich hab noch einen anderen aussuchen können. Also. Ich muss keine Ahnung freuen. Ähm. Beginnen wir mal. Ich hab keine Lust nach große Erklärungen. Riesen-lalala. Viel Spaß. Viel Fun. Boah, ich hoffe ihr schaut es, weil es... Liebe Einwohner, heute ist Häschentag. Ich weiß. Hier liegt eine Schaufel. Wo kommt die jetzt hier? Auch nicht schlimm. Mittlerweile habe ich das Ticket, was ich im ersten Osterspecial abgegeben habe. Rüsten wir mal gleich aus. Ähm, mittlerweile habe ich das Ticket, was ich im ersten Ding ausgegeben habe, für was osterlich ist. Also, ja, für Oster ist es euch ja gegeben. Und, ja. Tja. Wir müssen jetzt keine große Suche machen. Hm. Ich habe hier was. Hallo, ich bin... Prrrr. Ähm... Impelzab. Ähm, nein. Gewinncoupon. Gib mir mal das Ding ab. Ei, der Davos. Schon wieder ein Gewinncoupon. Hm, Glückwunsch! Du bist ja so toll! Danke. Ich weiß, dass wir toll sind. Ohne nichts. Was haben wir gekriegt? Ein Eierschrank! Guck mal, ein Eierschrank! Ging jetzt nicht so. Ähm, aber... Ja. Naja. Verkriegt sich die Eier? Ja, ich habe meine Eier mal dabei. Ah, ist das zum Amüsium gut. Und wie seht ihr das? Wir sind in keinem Zelt mehr. Wir haben nämlich die Miete bezahlt. Und jetzt haben wir ein Haus, ein Steinhaus. Wunderschön, besser als ein Zelt. Hihihi, cool. Ähm, ja. Die Folge wird jetzt 5 Minuten lang. Und danach geht es ja gleich weiter mit der nächsten Folge. Also, ist ja nicht so. Oh, jetzt kommt die Melinda wieder. Hallo, Melinda! Hündchen! Hü청! 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 Genau, schon. Bla, 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 du nervst Melinda. Bla, du nervst. Okay, die hat uns jetzt erklärt. Hier gibt es nämlich einen Lichtschalter. Und man kann eine Lampe. Kuhl oder Lampe kann man dadurch eigentlich mehr als Deko benutzen oder um es irgendwie noch heller zu machen sie ist ja schon mal okay dann benutzen wir mal unsere Möbel Eierschrank das finde ich eigentlich auch ziemlich genial passt mal auf wir können hier über das Steuerkreuz ändern jetzt passt mal auf es ist gar nichts na wartet da gut es ist jetzt schon länger als fünf Minuten um ja nach genau sechs Minuten jetzt bei der sechs Minuten Anzeige wenn ich und dann mit dem gleichen nächsten dritten Teil weiter okay bis gleich